da lang geht es ok Duell gegen das gleiche Auto glaube ich auch ein 190er müsste jetzt sein natürlich fahren wir auf der falschen Fahrbahn wer tut das nicht heutzutage das ist modern, wenn die Ideallinie da führt nach links abbiegen doch nein, schütt das gibt euer, äh, 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 spinne da, dingster gelesen hier meine spinne, ich hasse, äh, ich hasse dich, gehe in den Klo Geil wir haben ja einige Spinnen, haben schon aufgezählt hier Spinni ist ja auch gut Ludwig Spinni, Max Spider keine Ahnung ich mag dich nicht Mensch, sei doch lieb, nein, nein, nein sei doch lieb ja auch zur Spinne hier Einmal zu viel weggeschaut Ja, ist halt krass über so eine Kuppe, wenn ich ja kurz weg schaue Spinne traurig, mei knuffig auch spinnen können Gefühle haben, hallo auch spinnen können Gefühle haben erster, vielen Dank ach genau, ich kann hier Warte, ich schicke sie weg ich kann hier nämlich ne, hier war das noch hier skillen irgendwas hier bei, ach, wir können doch einmal spinnen hier Wheel spinnen können wir noch einmal wahrscheinlich so viel so ne, sowas wird er doch nie machen hier Das ist einfach, es ist einfach ein reiner Zufall Einfach ein reiner Zufall So, was können wir denn noch machen hier Skillen verdienen ne, Club bin ich ja gar nicht verdienen sie 25 mal werden sie einen Däuerteid in einem Duell entschlagen Das ist gut Das gibt's als Main Skill hier Sie bleiben zu Beginn eines Infizierte, was Infiziert Spiels für 50 Sekunden in einem Geistzustand Es sei denn sie starten als erster Infizierte, was, ach so, welche, so blödsame ich nicht Zerdienen sie 25% mehr könntest du durch das Herunterladen von Tuning und Leistungsländer Weiß ich nicht Äh Ein Symbol erscheint über 3 Watan die einem Duell Habe ich doch, ist doch eigentlich schon Auf der Karte das Symbol 10% Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Autos im Autosalon Perfekt Achso, noch einen Namen Okay, warte mal Äh Fähigkeitenkette wird sich doppelt so schnell Ja, kann man machen hier Äh Ich habe ja schon einige genannt hier 3, 4, 5 Namen Aber noch keinen tollen anscheinend Was weiß ich Also Spininator Weiß ich nicht Äh Ich habe nicht meine Spinne mal Ludwig hier War es nicht eine Spinnart, die schwarze Witwe, die ein Paten nach dem Akt auffrisst Also, naja, Gefühle, hm Ja doch, die Töterin, ob sie jetzt direkt auffrisst, weiß ich gar nicht Aber sie killt ihn auf jeden Fall Ich moore mir niemanden, weil ich es selbst erlebt habe Ja, ist nie schön Aber mein hat ja die Spinne weggeschickt Von daher Von daher Kann man sich ja denken Spinosaurus Äh Oder einfach Susi Nennt sie halt doch Susi In 400 Metern nach rechts abbiegen Du meinst dein, dein vierter Account Naja, ich habe sie eh gesehen, das sieht man ja Hm Noch mal Fähigkeiten verdient hier Ne, ist mir jetzt egal Da gibt es einen wichtigen Ich habe das ja eben geskillt, dass hier, dass ich hier das sehe auf der Wo fährt denn der hinten, wie er wie? Der andere, achso Wo fährt, alter Wo fährst denn hin? Was geht? Woah Ah, ich muss ja eh hierher das aussammeln Ich fühle meine Scheibe kaputt Das habe ich schon Ist ja krank, die Bots oder die Driver Tars fahren einfach quer durch Hast du, so, mit so vielen Schweinereien machst du es zeitgleich Ja, Susi ist doch ganz, doch ganz nett Ja, Uschi Gags gibt es ja schon Uschi Gags ist ja bei Sims 4 Die geile Schnitte, die wir, äh, losgezogen haben In 400 Metern nach rechts abbiegen Ich sag dir eh, wenn ich nicht irgendwas weiß, sag ich immer Uschi, die Uschi da Rechts abbiegen Hard ride Spider Uschi Ja, aber Susi ist doch auch ganz knuffig Aber hab mich ja ziemlich in den Wagen gewöhnt hier Fairlady Z432 Auf geht's Fauen wir mal Racing gegen den Sie waren durchschnittlicher, aber ich hab ja geskillt Wenn ich gegen Driver Tars fahre, kriege ich so viel Geld In 400 Metern nach links abbiegen Dann nennen sie doch gleich Duff Wie sie Hummer nennt Duffy Duffy Speider, äh, Speider namens Duffy Den sind wir Boah, Scheiße Gags, du willst nicht, äh, wissen, wie oft ich dich schon mit anderen Ängern gefordert habe Nö, das würde ich nicht wissen Ist schon okay, also ich hoffe doch jeder, jedes Mal kam es von Herzen Und ich danke ihnen Und ich danke ihnen Bart mit zweitem Namen Und Name Zwegald Wie heißen Wie heißen Wie heißen der Hund von Von Peter Griffin Bei Family Guy Der heißt doch, ähm Wie heißen der? Voll vergessen Hat der nicht nen netten Namen? Dass jedes Mal meine Frontscheibe kaputt geht Soll ich hier so ein komisches Rennen machen gegen Subliverta Und das führt mich wieder weiter weg von meinem Weg da Brian, genau, Brian Griffin Ja, okay Ist doch nicht ganz so cool Ich dachte, er wär cooler Wird first So, jetzt fahren wir zum nächsten Jetzt haben wir uns einige Duelle geliefert gegen die komischen da Gibt aber auch gut Punkte in Erfahrung Auch wenn man die ganzen Sachen einsammelt bestimmt Bitte wenden Gags soll angeblich meinen echten Namen kennen Ihr könnt sie Ja Ihr könnt sie auch so nennen Okay Nö, keine Ahnung Ich, du weißt, ich vergesse ja Ich vergesse ja sehr schnell meinen Ohne Spaß Nur im Punkt, Punkt, Punkt Naja, wollte sie ja wirklich so mehrfachen Namen hier Nennen einfach Carlos So ist das halt Ein Spanier ohne Auto ist ja auch Carlos Haben wir ja vorhin schon festgestellt Genau Genau Mit meinem Ding Eine S894 schlagen Wie denn? Das kannst du mal ganz vergessen hier Ja, ne Blödsinn Ich kann doch hier nicht das Auto da schlagen Wenn möglich, bitte wenden So, jetzt ab zur nächsten Challenge Da zieht er weg Ja, klar, habe ich ja gar keine Chance mit so einem schwachen Auto Und deswegen fahre ich auch eigentlich nicht ganz so gerne online gegen andere Weil es sind nie die gleichen Bedingungen Wenn, dann müsste man einfach ein Stock Auto haben Jeder mit den gleichen Bedingungen Und das wird Spaß machen Aber Hat jeder sein Auto irgendwie getunt Geändert Vom Setup umgestellt Und Das ist nie wirklich Fair Weiß ich nicht Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen Carlos auch nicht schlecht Ja In 100 Metern nach rechts abbiegen Gibt's noch Stewie Meg Peter Lewis Und Chris Ja genau Der Chris Der Der komische Der doofe Eigentlich Ja Bei Family Guy Super Serie Sie haben ihr Ziel erreicht Sie haben ihr Ziel erreicht Achso, nee, da dann Das ist aber nicht dein Ernst, oder? Hier, mein, dass Spanien ein toller Name ist Jo, Chlor Chlor, Chlor Was wollte ich eben da schauen? Ich wollte irgendwas machen Achso, Marry and Dead habe ich jetzt gar nicht so geschaut so oft Achso, nee, Leute Wolle ich gar nicht Stopp, ich will da gar nicht rein Da wollte ich erstmal die Hey, wie läuft's? Also Wohin wollt ihr denn mit der Natur hier? Ach Gottes Willen Schaut euch mal an, was wir noch alles schaffen müssen Noch 25 Ja, hier 25, 25 Das sind schon noch viele Carlos Dinsen Yeah Ist gut, ja Ist gut, ja Gefällt mir, gefällt mir Nizza Also nice Okay, machen wir einfach mal Wir fahren da noch überall hin Machen wir gleich das Erste Alles klar, der Champion hat eine Ansage gemacht Diese Autotour führt nach Nizza Massena Seht genau hin Nizza Massena Ist eine der schönsten Städte der Welt Ja Was, was machen wir jetzt für eine Was machen wir jetzt hier Hat irgendwas jetzt auch schon, hab ich vergessen hier Du kannst, du kannst einfach der Steam Gruppe adden Das mit der Freundschaft direkt ist immer so eine Sache Das ist dann voll die Liste irgendwann Einfach in die Steam Gruppe rein, dann siehst du uns alle Dann kannst du mich da auch anschreiben oder so Es werden dann irgendwann zu viele in der FL Dann drehe ich ja fast durch In die Steam Gruppe können wir uns alle dann da chillig unterhalten und Bei benötigten Spielen errichte ich dann Dann Lass wir mal einfassen World Classic nun bitte Okay, haben wir noch zwei frei Dann Classic Racers oder Rare Classics Championship Ich hab hier da mehrere verschiedene 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 Ja Ja klar das ist am einfachsten Dann können wir uns da rum rum ärgern In der Gruppe Mach Rare, okay? Und falls es ist, kann man mich ja trotzdem anschreiben Okay, ich hätte schon dieses Auto Okay, ich hätte schon dieses Auto Okay, ich habe schon dieses Auto Und wenn man das Auto